Der Weizen. Ne, ne, das Weizen und der Korn. Ja, sorry. Weißt du? Deswegen, also... Allein dir. Ich mein, das ist typisch TikTok. Die Schule. Die Schule. Ich gehe in... Ne, warte mal. Ich bin in die Schule. Nein, du bist in der Schule. Okay? Also, ich gehe in der Schule. Nein, du gehst in die Schule. Okay? So, Dinger, wie willst du das jemandem beibringen, man? Ah. Snack-Eis. Jo, du hast Snack-Eis, Zippo. Okay. Ähm, du bist am Strand. Strand. Jungs, sind das für komische Straßennamen, also wirklich. Boah, das wär's jetzt gewesen! Boah! Das war einer Pasche. Oh, der Trafalgar Square. Oh, guck mal. Hier ist dann der Hauptbahnhof. Ist wahrscheinlich King's Cross oder so. Also, hoffentlich. Nein, bitte! Stopp! Oh, du musst ab ins Jail. Ja. Ja. The Show. Beginn. Ah, ja. Und Seppo, fick dich in dein Knie. Ja! Deswegen, bitte. Ja. Ich hab schon zwei Endpastchen. Deswegen. Äh, warte mal. Wie war das immer bei Abu Dhabi? Das Land ist Wa'e, Ort ist Abu Dhabi, ne? Ja. Vereinigte Arabische Emiraten. Ja, aber ich mach nur Wa'e. V-Wa'e, ja. Mach's V-Wa'e. Okay. Nein, er hat schon z... Er hat schon den Würfel, den Knicks. Oh, nobody man. Junge, Palmal, geil. Palmal? Einfach Zigaretten-Marke im Spiel dran. Ich spiel nie wieder mit dir alleine, du kleiner Bastard, ey. Und das ist die Marlboro Street, Alter. Ja. Ich glaub, anders waren andere Sätze, oder? Ja. Drei Einer-Pasche. Ich hab schon. Ich hab schon drei Einer-Pasche. Ja. Kannst Sakir einfach machen. S-A-K-H-I-R. Ja! Das ist die letzte. Was? S-A-K? Und dann? S-A-K-I-R. Brandi! Ich beachte dich gar nicht mehr. So gehst du. So gehst du. Ich komm, ich baue, ich baue, ich baue jetzt mal. Ja, baue, komm. Dann ist die Rolle wirklich schnell. Ich bin gespannt, ob wir jetzt unter 10 Minuten schaffen. Ja, ja. Digga, ich hab alles voll gebaut. Sechs. Ja, Gott sei Dank. Er ist dazwischen. Das ist weg von dir. Was einem passieren wird. Ja. Ja. Digga, so. Ich bin. Ich bin. Zur Hälfte vom Spielfeld rum, ne? Ja. Und ich hab zwei. Volle Straßen mit Hotels. Ich will für die jetzt schon aus dem Weg gehen. Und ich bin wieder im Knast. Digga. Ja. Halt sie mal. Halt sie mal. Hahahaha. Eins. Ja, komm, Mann. Der vierte Einserparsch. Ja, komm, Alter. Ja. Ja. Ist was drauf. Hui. Ja, jetzt kann ich wieder was kaufen. Vor allem, du hast jetzt auch noch ne... Dings. Ne Gelb. Und die Schlossallee. Ja. 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 Vor allem, jetzt kann er sie sich leisten, weil er ne scheiß Einerparsch hat. Jemore, die kleine Drecksau. Wirklich. Der vierte. Bodenlose Freche. Ja. Ist gut. Nein. So. Jawoll. Jawoll. Fick dich. Fuck you. So. Okay. Jedes TikTok geht viral. Vertrauen. Einerparsch. Hahaha. Der fünfte. Äh, Dominic. Ähm. Ich fünfte Einerparsch. Ja. Dominic. Du hast dir gesagt, du würdest mir deine PS4 anbieten, weil ich weiß nicht, ob meine PS5 diese Session überlebt. Äh, okay. Danke. Qualifizierter Kommentar. Ja. Ja. Seppo, du bist wirklich der allergrößte. Nee, komm. Nee, komm. Egal, du hast es verdient. Nein, nein, nein. Seppo hat es verdient. Er hat so viel Scheiße erlebt hier die ganze Zeit im Monopole hier. Gestern, gestern, ja. Der hat es verdient. Der hat es verdient, mich jetzt zu ficken. Werd eigentlich diese... Ihr habt ja zwei Runden gespielt von diesem schnellen Modus. Werd eigentlich letztens gewonnen. Beide. Beide. Komm, renovieren, renovieren, renovieren. Ja. Ja. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Hahahaha. Wie viel? 800. 800. Oh, das fährt zum Beispiel. Oh. Hütte bringen noch und Kerzenlicht mit. Schmeißt du mich romantisch, wenn ich... Ah ja, ich muss das jetzt auch so machen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Hatten wir schon mal 5 einer Pasche? Ich bin der... Ich bin der... Ich bin der... Das ist echt ein Glück, Quatsch. Das war doch wirklich eine flotte Karotierunde. Bankrupt. Ja. Nie wieder auf Englisch stellen, die Scheiße. Wie schnell war der? 17 Minuten? 17 Minuten. Ja, okay. Scheiß Inselaufen. Der hat einfach... Der hat sein Versprechen gehalten. Definitiv. Okay. Ich bin der Wälder. Einer.